Hier ist ein Ghetto Blaster. Hier ist ein Ghetto Blaster. Immer noch als ein Haus gefangen. Was ist vor der Tür? Großer. Der stampft. Oh, hier steht ein Hund. Oh nein. Mich hat niemand gesehen. Er hat wirklich niemand. Oh, der Große kommt direkt ans Fenster. Alter. Jetzt kannst du durch... Ne, ist ne Drohne direkt im Haus. Warum ist denn hier ne Drohne direkt im Haus? Alter, du kommst hier die anderen rein. Alter. Warum kommst hier alles rein? Alter. Guck dir mal die Drohne hier oben an. Alter. Wo ist die andere Drohne? Die andere Drohne hier. Oh. Ah. Ist leer. Äh, jetzt... ähm... Jetzt kannst du mit dem Röntgenblick durch die Wände gucken. Oh, Tatsache, Alter. Okay, da sind welche. Da ist ein... großer Zweibeiniger. Hinter uns sind keine. Aber über uns. Das ist nur für uns, ne? Warte. Ich sehe den Großen nicht mehr. Da ist er. Die kommen eh nicht weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Du füllst weg. Was hast du da? Ah, ha, ha. Ah, ha. Du schießt gegen den Bord ich hier. Ah, scheiße. Komm hier oben nicht weg. Wo geht's hier runter? Ah, da ist das Treppenhaus. Scheiße. Ah, close it in here. Oh, Gott. Oh, Mann. Oh, Mann. Geh raus. Fuck, das Schwein. Anni, nicht da raus. Nicht da raus. Nicht da raus. Ah, EMP. Die fahren sich wieder hoch. Okay, erst mal mein Profil. Da hab ich jetzt ne neue Sombrille. Pilotenbrille, Alter. Easy. Ich blopfe halt der Goldschwecker. Nein. Nein, das bin ich. Oh, Scheiße. Warum soll ich denn jetzt im Telefon, Alter? Alter. Fresst beide Granaten. Hab einen Hund. Hab einen Hund. Hab einen Hund. Hab einen Hund. Alter, ich hab grad vier Hunden erledigt. Jetzt go, Alter. Blöp, rennen, rennen, rennen. Rennen. Einfach rennen. Ich komm mit rein. Alter, wofür müssen wir hier drinnen durchsuchen? Jetzt ist doch die verdammte Zeitung. Ich kann die Zeitung nicht auswählen. Kannst du da irgendwas machen? Kannst du die Zeitung aufheben? Oh, ne. Da muss ich mal weiter am Tag. Fliegende Objekte, der Lernern. Oh, hier sind ganz, ganz viele Johnnies. Der tut ja, kriegen wir wollen. Wir müssen zu den Großen hin. Tag, euer. Warte kurz. Ich will erst die Johnnies aus dem Weg räumen. Du solltest rennen. Ich schieße nicht gerade. Ja, hab ja auch gemeint. Ich sollte mich mal irgendwie verstecken. Und das ist so. Oh Gott. Das will ich hier rein und ich erst mal heilen. Das wäre nett. Oh, moin, hier ist eine Spinne. So, einmal bitte Heilung. Wäre nett. Oh, wir müssen durch den Großen. Hm, geil. Vorsicht, Granate. Schießt er auf mich? Ja. Alles klar, der ist deaktiviert. Er steht fährt runter. Steht der direkt hier, oder was? Alles klar, der fährt sich wieder hoch. Ja, moin. Hast du gerade IP-Garnate gespüssen, oder was? Ja. Oh, da steht er, ja. Wir müssen in die Scheune, ne? Ja, ich bin gerade drin. Was suchen wir hier? Was muss ich in der Scheune suchen? Er dritt sich zu mir um. Du hast zwei Bahn. Was muss ich hier drin suchen? Da hätt er. Im hinteren Haus. Da muss irgendwas drin sein. Abgesperrt, na toll. Guten Tag. Nein. Ey, guck mal. Ach lol, du musst die Pflanzen nicht suchen. Wie fällst du es hier hin? Hab ich, hab ich. Lass uns reingehen. Das war wohl nix. Hä? Wisst ihr, was ich schon so viel sagen? Ein Satz mit X, das war wohl nix. Was denn? Ja, ich wollte doch das Spiel kaufen, ne? Auf der Internetbreite vom Saturn steht, haben wir auf Lager fünf Stück. Dann geh ich da hin, sollen sie... Ja, haben wir nicht seit drei Wochen. Ja, gut, ne? Dann muss es... Kannst du es ja nur noch über Dings kaufen. Ja. Und das werde ich jetzt auch irgendwie machen. Ich habe nur leider keine Kontennummer. Über ein schwarzes Markt. Hat der Vater, hat der Vater Paper oder so? Nee, der hat nur Visa. Geht auch drüber. Dann kann es ja so machen... Ja, war doch. Dann kann es ja so machen, dass du ihm das Geld wiedergibst. Ja, ich muss ja erstmal wissen, was seine Nummer ist. Und die habe ich halt. Der fragt ihn doch einfach, dass er das fertig bezahlt. Wo gibt es ihm das Geld? Ja, die ersten zehn Euro sind ja so schon Schubs weggegangen. Er hat mich durchs Fettsaal gesehen. Na toll. Aber ich glaube, die haben die Mission abgeschlossen, oder? Ja. Weißt du, wie man, ähm... wie man seine Meerkraft mit Teamspeak aktualisiert? Nee. Also ich brauche jetzt der Kommando Boca Minken, ne? Minken? 3. Oh, keine Ahnung, warte mal. Spoke. Wo ist der Kommando Boca Minken? TS Link. Da. Hier, da. Das müssen wir noch machen. Wo meine Eins ist. Das müssen wir noch machen. Info, Spoke, Mute. Dot, Truffle up. Mann. Ich weiß, wo der Bunker ist. Hä? Aha. Link. Da unten? Als Sven? Wo? Das ist ja... Warte, ich markiere es auf der Karte. Da ist der. Ja. Ich habe eine tolle Alarmanlage, die überreiß ich aber jetzt. Das sind... Du hast drei, vier Kilometer weg. Bist du zum Lager? Ja, okay. Ich kann auch mal kurz gucken, welche... Warte, welchen gibt es noch? Uttern. Ich kann mal kurz gucken, wo Uttern ist. Mal gucken, was näher dran ist, nämlich. Oh mein Gott, Rauchgranaten, Granaten. Und lol. Ja, mein Account wurde actualized, aber nicht im TeamSpeak, wieso nicht? Kann man irgendwie sein TeamSpeak aktualisieren, sein, äh, sein Dings, sein Skin? Weiß es nicht. Ja. i am tp tpa sonst warte mal ich kann ja auf multiplayer mal auf deutsch stellen adrian steht jetzt wieder da aha ok das ist noch ein bisschen weiter weg ok der ist da um er hatte er welchen brauchen wir noch jetzt mal vor welche werden noch brauchen also brauchen minkern minken uttarn drüben 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 dann uns ist uns gefahrt werden kürzer war das war der das gab es der die starke okay die sind alle wieder oben müssen erst zum minken und Minken oder zum Linken mehr nach Minken Minken Ruhr Heuer auf die ist denkt man in Afka was macht das was macht die wird zum Minken für die Füße erst mal winken bevor wir zum Minken gehen Haftler klar mach ich abgewunken warte ich muss auch noch winken ciao gehen wir zum Minken oder zu Winken wahrscheinlich nicht zu beiden ich glaub wir gehen zum Minken